Ja, grüße euch, genau 19 Uhr, wo jetzt dieser Trailer hier eingespielt wird, am 11.12.2020. Bin ja eigentlich schon wie ein Musiker, nicht so arg der Dichterfürst oder sonst wie, dennoch habe ich euch jetzt hier ein kleines Weihnachtsgedicht zusammengezimmert. Ja, es ist vielleicht der einzige Beitrag von mir zu Weihnachten, vielleicht folgen da auch noch 1, 2, 3, keine Ahnung. Und als Schreck nicht, geht nur so 6-7 Minuten, der Rest ist dann wieder Musik. Könnt ihr euch dann gerne anschauen bei VK, bei BitChute und die sich den Trailer bei Wake News TV anschauen, den entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile ab, damit, na jetzt habe ich wieder den Schlucksack. Und dann hoffentlich bis gleich, tschüss, macht's gut.